Ingo, das wird erst mal noch ziemlich wechselhaft sein. Wir haben es mit Tiefdruckeinfluss zu tun. Dann sind die Tiefs weg. Aber ein Kaltlufttropfen sorgt dafür, dass es immer noch nicht so richtig warm oder sogar trocken werden würde. Und dieser Kaltlufttropfen, den kann man sehr schön sehen. Hier die Wetterverteilung in 5,5 km Höhe. Und Sie sehen, am Rande eines Hochdruckgebiets über Skandinavien mischt sich hier so ein blauer Fleck, also Kaltlufttropfen, rein. Das ist abgeschlossene, kalte Luft in der Höhe. Und die schwimmt da wie so ein Fettauge auf der Suppe. Das heißt, zum einen ist es schwer zu sagen, wo wird er genau langziehen. Und zum anderen bringt er eben zum Teil noch mal kühle Luft und sehr viel Labilität. Das heißt Schauer, örtlich Graupelschauer und auch wieder Schnee in den höheren Lagen. Also bis Ende der Woche wird das mit den höheren Temperaturen und viel Sonne nichts. Allerdings werden die Regenfälle, mit denen wir es im Moment zu tun haben, gerade in Baden-Württemberg hat es heute noch mal ordentlich geschüttet, die werden ebenfalls nachlassen. In der Nacht zieht der Regen mehr und mehr nach Süden und dann auch nach Südosten. Also anfangs noch vom südlichen Brandenburg, Sachsen runter bis nach Baden-Württemberg häufig nass. Morgen lässt der Regen dann mehr und mehr nach, zieht nach Südosten. Von Nordwesten her kommt immer mal wieder die Sonne raus und es bleibt dann noch trocken. Einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist so 7 bis 1 Grad, 8 Grad am Oberrhein. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von 9 bis 16 Grad. Und die nächsten Tage bringen Sonnenschein. Einzelne Schauer vor allem nach Süden hin am Mittwoch bis zu 17 Grad. Und Donnerstag kommt dann die kalte Luft in der Höhe. Da wird es noch mal ein bisschen frisch und weg. Und da wird es noch mal ein bisschen frisch und weg.